Mein Name ist Markus Capirone, ich bin Kunstmaler. Ich bin leidenschaftlicher Velofahrer, ich geniesse es langsam durch die Landschaft zu gleiten. Ich habe aus diesem Grund auch mein Engagement in dieser Richtung entwickelt, dass ich Veloland in der Schweiz erfunden habe, später schweizmobil erfunden und zusammen mit sehr vielen interessierten Leuten umgesetzt. Wegen dieser Umweltpassion ist mir die Gletscherinitiative ein sehr wichtiges. Es freut mich wahnsinnig, dass es diese gibt. Wegen dem habe ich mir überlegt, was könnte ich noch dazu beitragen und bin auf die Idee gekommen, dass ich meine Radierungen aus jungen Jahren, als ich so 20, 22, 23 Jahre, gemacht habe, dass ich die, die ich noch habe, die der Gletscherinitiative verschenke, natürlich mit einem kleinen Hintergedanken, dass ich helfen könnte, zu motivieren, dass wir der Gletscherinitiative die nötigen Mittel spenden, dass sie dann auch später in der Lage ist, die Abstimmung zu gewinnen. Mehr zu dieser Aktion findet ihr unter www.gapirone.ch und ich hoffe, dass wir dank euch noch spenden, es werden arbeiten, dass wir die Gletscherinitiative gewinnen können. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken damit für eure Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.